Meine Miu, ach so schön, dass du es geschafft hast. Ja, weißt du, es war eine ganz schöne Weltreise, aber egal, Hauptsache endlich ist da. Ja, genau, und jetzt wird es Zeit zum Feiern. Und ich habe auch schon was gefunden. Oh, danke. Hey, du, du musst jetzt mal passieren. Ja, und es ist auch so schön zum Tanzen. Ich war so lange nicht mehr hier. Ja, aber sag mal, wer ist denn der Typ da drüben? Der hat was. Ja, keine Ahnung, der nennt sich irgendwie Rabatz, den kenne ich vom Iroh. Und mit dem macht er irgendwie Musik zusammen. Ach, keine Ahnung, frag ihn doch einfach selbst. Hey, na, was geht's? Hey, ich habe mich fehlen, ich bin gerade erst angekommen. Ich wollte ihm die Lage checken und was. Meine Freundin hat mir erzählt, dass du Mocke machst. Seit wann machst du das denn? Na, seit Tag eins, seit dem ersten Tag zeige ich meine Skills und das meistens in Parts. Bin manchmal beeindruckt von meinem Potential, denn das trage ich in mir von der Wiege ins Grab. Wer kann's mir verübeln, dass ich dieses jetzt putze und so mich selbst und meine Crew damit pushe. Bringe den Shit vom Hospital in die Bude, was 86 die Hebamme schon wusste. Auch ich mache Fehler. Manchmal lerne ich daraus, wiederhole den Fehler, daraus werde ich nicht schlau. Seh meinen Lebensweg mit den Ups und den Downs und wenn jemand hier urteilt, dann scheiße ich drauf. Die Zeit vom Boden nach oben, wie auf Drogen. Kann Sekunden betragen und ein Leben für Idioten. Es wär gar kein Ding, ein ganzes Album zu schreiben. Aber ein Part muss reichen, um den Pussis zu zeigen, dass ich seit Tag eins bei der Scheiße dabei bin. Darum solltet ihr vor uns salutieren und ganz traditionell euch danach noch verneigen. Hey, Airo. Hey Sarah, was ist los? Alles gut, Mann? Ach, nichts ist gut. Wir haben da gerade jemanden umgedreht. Wo denn, ey? Ja, na da vorne. Der hat Faxen gemacht. Was denn für Faxen? Ach, keine Ahnung. Der hat irgendwie eine Frau angemacht und die war vergeben. Und der Freund ist total ausgeflippt. Na und? Wie? Na und? Die waren zu fünft auf dem Drauf. Ja, ist halt so, Mann, Alter. Wenn die eigene Oldes nicht mehr bringt, muss man halt grünere Weiden aufsuchen. So Standard-Scheiß-Scheiß, weißt du? Oh, halb's Maul, Airo. Ist das hier in dem Laden immer so? Ja, ey. Es war schon immer so hier und es wird auch immer so sein. Wir halten zusammen und waren hier immer, seitdem er in dem Club offen ist, Alter. Quasi seit Tag eins. Quasi seit Tag eins zum Mittelpunkt der Szenerie. Zwischen MCs Party, Wal Wal East wie in der Prairie. M&S, meine Mädels, Arona, die Homies machen jede Nacht zum Tag länger als die Rolling Stoneys. Ab der ersten Stunde eine Bande von Malochern angetrieben durch Verluste, um den Jackpot zu erobern. Go get it! Go get it! Sag meine Sarah K. Mit mehr Knarren Erfahrung als ein Bundeswehrsoldat. Rabatz und Rob-Rock a.k.a. Stand auf Wiederoschmau. Bringt Zusammenschwung in die Party wie der Westcoast-Pop-Glock. Seit dem ersten Tag bild' ich für uns das Rückgrat. Und bin schwerer zu bezwingen als der Nanga Parbat. Ich seh die Zeit vergehen schneller als ich jemals glaubte. Es weint nicht nur das linke, sondern auch das rechte Auge. Manche Leute starben, andere haben uns verlassen meiner. Du kriegst wissen Erfahrung und später will es keiner. Die Crunch-Time zeigt wer geht oder wer auch bleibt, der große Eier hat. Oder sich als Spaß beweist. Seit Tag eins steche ich in Westen-Nester für vier. Und vergesse niemals Rolle plus den besten Casimir. Menschen sehn mich als Bedrohung für die scheiß intakte Stimmung. Denn ich hasse Nazis und antitolerante Gesinnung. Früher Party-Crasher mit Wodka aus dem Becher. Heute sehn mich Hater von früher nur durch den scheiß Feldstecher. Extremophil-Life, Entzelt der Menschheit. Seit Tag eins motiviert mich jeden Tag. Die, die nicht mehr bei uns sein können. Keinen! Oh Sarah! Da bist du ja wieder! Wo war's denn? Ich hab dich nicht so lange gemacht. Oh, so schön, dass ich dich wieder finde. Ja, wo warst du denn? Ich wollte doch mit dir tanzen. Ja, danke. Ich musste erst mal was essen nach dieser ganzen... Oh, Essen. Okay, ich verstehe. Sarah, hast du was gefunden? Ja, Pommel. Ach, dann ist ja alles gut. Jetzt lasst uns jetzt tanzen gehen. Ey, Sarah! Ey, was geht? Was war denn da draußen los? Kennst du diesen Typen? Ja, den kenn ich. Oh, weißt du, der hat mich die ganze Zeit ganz doof angetan. Was? Wieso? Was? Ja, na klar, da bist du. Wo geht ihr euch? Ja, oben, was machst du denn hier? Ich hab hier einen Auftritt. Du hast einen Auftritt? Ja, na klar hab ich hier einen Auftritt. Ja, als was denn? Na, als Rapper. Als Rapper? Ja. Ja, das glaub ich. Ja, der kann sich da noch nicht mehr richtig aushalten. Ja, sag doch mal einen ganzen Satz. So einen ganzen Satz im Ganzen. So vielleicht ein bisschen Reim und so. Ja, na los. Na, was, 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 was? Das passt zu mich. Ey Schnauze! Seit Tag 1 bin ich das Licht, das scheint. Es ist Zwiespalt, 3 Times, morgens, mittags, abends, nein. Wart es Eis drum, ich hab keine Zeit um zu klagen. Bin ständig am Neustart, du Harry, packst den Wagen, den ich fahre. Das ist Fahrende Blase zum Marsch jetzt. Scheiß auf die Gage, ich mach das aus Liebe und um solchen Raps zu bestrafen. Für die ganzen schlechten Jahre, ihr könnt nix mehr dazu sagen. Könnt nicht mehr atmen, geschweige denn schlafen. Extrem mobil seit der Geburt, ohne es zu erwarten. Taten aus Mördern schon meinen Grundschuleherrin sagte. Ich werde diese Welt künstlerisch mördern und jetzt ist es wahr, was ihr ahntet. Läuft gerade. Hip-Hop und ich hatten unser erstes Mal im Jahr 2000 Verliebt bis über beide Ohren und jetzt rausche ich um dich herum wie eine Mutter um eine Schraube. Scheiß auf den Akkubohrer, ich hab den Wortschatz dick und breit wie eine Bohr. Ich bin im Rap und werde es auch immer bleiben. Ihr gehören könnt euch verschwören, doch bleibt nur ein Hoax. Ich bin schon so lang dabei, ich chillte damals mit Noah, er nahm mich auf die Arsche. Denn er merkte, die Welt braucht es war. Yes, you're who the fuck, you're the best. EXTR, die Verbreitung intergalaktischer Tracks. Seit meinem ersten Text und dem hier liegt eine ganze Generation. Man sollte meinen Rap ist out, doch er sitzt erst jetzt auf seinem Thron. Mio! Schönen Dank für diesen tollen Abend. Danke, danke, danke. Das war jetzt auch ganz cool. Danke, danke, danke. Hey Basti, komm mal her. Es war doch ernst ganz gut. Auf jeden Fall extrem geiler Atmen mit euch hier. Wo ist denn der Iron? Iron! 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 Where are you? Wir wollen schon mal machen. Da bin ich. Da bin ich. Klar, ich bin dabei, Mann. Wohin denn? Da Innenstadt? Zu mir oder zu dir? Aha. Egal, einfach los. Los geht's! Los geht's! Ach. Alex, perilка! Don. Ja. Ach. Ach. Die SENG好不好